Ich würde je nachdem wie risikofreudig ich bin, ich bin sehr risikofreudig, das heißt ich bin durchaus bereit 10 oder auch mal 15% meines Gesamtvermögens in Kryptowährungen, das ist bei mir eben, Bitcoin und Ethereum jetzt investieren. Immer wieder werde ich mal auf den Seminaren gefragt, Jürgen wie würdest du heute dein Geld anlegen, falls du noch nicht investiert wärst, hat mich auf die Idee gebracht mal eine Ausgabe diesem Thema zu widmen, weil das ja vielleicht für alle interessant ist, um ein kleineres oder auch später ein größeres Vermögen aufzubauen. Also Grundlage Tipp Nummer 1, nicht alles auf einmal investieren. Stell dir vor, du investierst all deine Mittel, weil du glaubst, jetzt geht es an den Aktienmärkten, an den Anleihenmärkten richtig los, du kaufst eine Immobile, steckst all dein Geld hinein oder legst alles in Gold oder Silber und jetzt passiert folgendes, genau diese Anlageklasse stürzt ab. Dann dauert es vielleicht Jahre oder vielleicht sogar wie in Japan Jahrzehnte, bis du wieder auf dem alten Stand bist. Besser ist es kontinuierlich immer wieder nachzukaufen. Beispiel, du investierst in eine Anlageklasse, sagen wir in Aktien 100 Euro, die Kurse stürzen auf 80 Euro, du kaufst wieder für 100 Euro, dann wirst du aber jetzt nicht einen Anteil bekommen, sondern eben schon mehr Anteile, weil ja ein Anteil nur noch 80 Euro kostet. Die Kurse geben weiter nach und gehen runter auf 50 Euro und wenn du jetzt wieder 100 Euro investierst, kaufst du jetzt bereits zwei Anteile für deine 100 Euro und nicht mehr nur einen Anteil, wie noch einige Zeit vorher. Und dann steigen die Kurse wieder, sagen wir auf den alten Stand von 100 Euro. Wenn du alles komplett am Anfang investiert hättest, hättest du plus minus null. Du hast 100 Euro gekauft, alles investiert und der Kurs ist immer noch bei 100 Euro. Hast du aber bei 80 Euro und bei 50 Euro günstiger nachgekauft, weil du regelmäßig bestimmte Beträge immer wieder neu investiert hast, hast du jetzt bereits einen schönen Gewinn gemacht, obwohl der Kurs gar nicht insgesamt gestiegen ist. Und der erfolgreichste Anleger der Welt ist Warren Buffett und Warren Buffett hat ein Multimilliardenvermögen aufgebaut, zwischenzeitlich war er der reichste Mann der Welt, weil er immer in Aktien investiert hat. Und er sagt, er wird nie die Menschen verstehen, warum sie, wenn eine Aktie fällt, sich dann aufregen, anstatt sich zu freuen, dass jetzt der Wert günstiger geworden ist und man mit einem großen Rabatt einkaufen kann. Er sagt, wenn McDonalds heute sagt, pass auf, der Hamburger Royal kostet nur die Hälfte für eine bestimmte Zeit und man bekommt dann für den gleichen Preis zwei Hamburger, dann freut sich jeder. Wenn aber Aktien gerade billiger werden, weil die Aktienmärkte nachgegeben haben, dann ärgern sich alle. Er freut sich immer, wenn die Aktienmärkte nachgegeben haben, weil er dann immer günstiger einkauft. Und am besten ist es, du machst das in Form von Sparplänen, dass du jeden Monat eine ganz bestimmte fixe Summe in deine gewünschten Anlagen tätigst. Wenn dann die Kurse zwischendurch nachgeben, kaufst du automatisch günstiger ein, langfristig steigen sowieso die Kurse und am Ende hast du einen wunderbaren Gewinn erzielt. Tipp Nummer zwei, nicht alle Eier in ein Nest legen. Stell dir vor, ein Vogel legt eben alle Eier in ein Nest. Es kommt eine Katze, den Bauch hochgekrackelt, findet das Nest und frisst alle Eier auf. Das heißt, dieses Jahr war für den Vogel umsonst. Wenn der Vogel aber drei, vier oder fünf Nester anlegen würde, selbst wenn von fünf Nestern zwei oder drei von einer Katze, von unterschiedlichen Katzen überfallen werden, bleiben am Ende vielleicht immer noch zwei oder drei Nester übrig und dieses Ei, aus dem Ei schlüpft dann eben ein Küken heraus. Was heißt das in der Übersetzung? Kaufe nicht nur einen oder zwei und auch nicht drei Werte, sondern ein paar Werte mehr. Du weißt nie, welche Werte beispielsweise bei Aktien steigen und welche Aktien fallen werden. Selbst die größten, bekanntesten Firmen haben zwischendurch mal eine Phase, wo sie gehörig unter die Räder kommen. Wenn du dann aber alles nur auf ein Nest, in ein Nest hineingelegt hast, du kaufst nur Tesla-Aktien oder du kaufst nur Kryptowährungen und wenn dann die Kryptowährung sich plötzlich viertelt, dann ist dein Vermögen plötzlich nur noch ein Viertel wert. Also Tipp Nummer zwei, Teile in unterschiedliche Anlagearten auf, dazu komme ich gleich noch, und innerhalb dieser Anlagenart auch nochmals in unterschiedliche Investments, das minimiert das Risiko. Drittens, und das würde ich heute machen, wenn ich heute neu anfangen würde, ich würde auch in Kryptowährungen investieren, nachdem ich aber mittlerweile schon in den 60ern bin und ein bisschen Lebenserfahrung habe, würde ich mich immer nur auf die zwei Hauptschwergewichte dort stürzen, nämlich einmal Bitcoin, das Urgestein und Ethereum. Alle anderen Kryptowährungen, die dann zwischendurch auch modern waren, haben meistens wesentlich schlechtere Performance hingelegt, weil machen wir uns nichts vor, es ist immer nur die Nummer eins oder die Nummer zwei, die am Ende funktioniert. Also, ich würde, je nachdem wie risikofreudig ich bin, ich bin sehr risikofreudig, das heißt, ich bin durchaus bereit, 10 oder auch mal 15% meines Gesamtvermögens in Kryptowährungen, das ist bei mir eben Bitcoin und Ethereum, jetzt investieren. So, jetzt für 2024, wo würde ich jetzt speziell investieren? Aktien immer. Es gibt keine Phase, in der man nicht in Aktien investieren kann, und wenn du regelmäßig jeden Markt nachkaufst, kann es dir vollkommen egal sein, ob die Kurse zwischendurch mal rauf oder runter gehen, langfristig gesehen, magst du immer einen Bomben gewinnen. Zweitens, jetzt in 2024 Anleihen. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, vielleicht auch einen Investmentfonds, der in verschiedenste Anleihen investiert, dann hat man wieder die Risikominimierung. Warum? Wir haben derzeit hohe Zinsen an den Märkten, die aber irgendwann auch wieder einmal gesenkt werden. Wenn die Zinsen gesenkt werden, dann werden die alten Anleihen im Wert deutlich teurer. Das heißt, wenn du jetzt kaufst und es dann vielleicht in einigen Monaten der Fall ist, dass die Anleihenrenditen sinken, dann steigen die Kurse der Anleihen und du magst einen sehr, sehr guten Gewinn auch mit Anleihen. Und natürlich ein Tipp auch noch, Immobilien, also Steine, sind immer ein Wert, auf den man setzen sollte. Und deshalb sollte man auch vielleicht in Immobilien investieren, aber nicht unbedingt in die eigengenutzte Immobilie, weil die bringt keine Rendite, sondern in Immobilien, die man dann vermietet und wo man dann eben nicht nur die Mieten kassiert, sondern auch in der Regel über Jahrzehnte hinweg dann eine gute Wertsteigerung hat. Letzter Tipp ist, auch immer ein bisschen auf Sicherheit gehen. Das heißt für mich, physisches Gold und Silber auch hier regelmäßig immer wieder mal kaufen. Muss nicht jeden Monat sein. Man kann Sparpläne machen über jeden Monat, man kann aber auch einmal im Jahr eine bestimmte Summe investieren. Immer in physischen Gold und Silber, sodass man dann im Fall der Fälle auch einen echten Wert hat. Wenn du diese Grundlagen umsetzt, dann bist du gut aufgestellt. Das Wichtigste ist aber, dass du einen bestimmten Prozentsatz deines Einkommens regelmäßig sparst und investierst. Und dann spielt es langfristig eigentlich meistens gar keine Rolle, sondern langfristig bist du dann meistens bei den Gewinnern. Ja und damit würde mich sehr interessieren, wie du bisher investiert hast. Also was waren deine bevorzugten Anlagestrategien, in welche Bereiche, in welche Produkte hast du investiert, was hast du für Erfahrungen gemacht, was kannst du anderen vielleicht damit helfen, sodass wir uns alle wieder gegenseitig befruchten können. Schreib es mir in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Höller.